Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde LOL mit dem Mörser. Jo, schönen guten Abend. Und ich hab Timo bekommen, war das du? Ich hab den Ryze. Ah, ja ist auch schön. Ryze reibt sich nämlich auf nice. Ah, ah. Und deswegen ist der auch nice. Hätt' die auch drauf kommen können eigentlich, ey. Ich komm angerannt. Ich bin unsichtbar. Ja? Nee. Auch beim Rennen? Nee. Das leider nicht. Hier, Quake 3 gibt's ja jetzt bald auf Steam. Hast du das schon gelesen? Echt? Ja. Aber wen haben die da eigentlich so? Die haben Ash, Orianna, Hikarim, Soraka, Corki. Ja, wär natürlich cool eigentlich, ne? Was denn? Wenn Quake 3 auf Steam wär auch. Ja, aber es gibt jetzt halt so ein paar Änderungen. Okay. Und die wären? Man kann nicht mehr springen die ganze Zeit. Ja, es gibt so ein paar Änderungen, um halt das Spiel ein bisschen Einsteigerfreund zu machen. Freundlicher zu gestalten. Okay. Und da, zum Beispiel gibt's ja die Strafjumps, ne? Die passieren jetzt automatisch. Du musst halt nur vorne drücken, vorne drücken oder springen. Lol, was ist das denn, ey? Dann bist du automatisch schneller. Ja. Und du kannst dir am Anfang matche zwei Waffen aussuchen, mit denen du starten möchtest. Lol. Okay, dann starte ich immer mit dem Rocko und mit dem Schaft, ey. Krass, nähere Veränderung, ey. Ja, aber bin ich mal gespannt. Ich mein, vielleicht ist es ja auch cool. Muss ich erstmal testen, also. Ja, ich mein, wenn man natürlich so, so, oh, oh, scheiße, ich bin tot. Nein. Ja, natürlich, die Oldschooler würden jetzt sagen, what the fuck, ne? Ja, klar. Aber vielleicht wird's ja doch echt wieder erwarten, äh, tot, äh, gut, mein ich, tot. Tot, ja, dann bin auch tot. Boah, ey. Guck mal, der hat schon... Jetzt müssen wir uns aber auf das Spiel konzentrieren. Ja, aber ich konzentriere mich gerade hier auf die Porus. Guck mal da, der hat ein kleines. Den müssen wir beschützen hier. Ach, sein, sein Kind, ne? Ja. Aua. Scheiß, Orianna mit ihrer Fickerkugel da. Ja, das Hecarim. Hecarim ist auch am Lauern, ey. Jawohl, komm. Bam, 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 bam. Boah, ich... Die gehen aber auch direkt auf mich, die Schwänze, ey. Weißt du? Weißt du, wie man das Schild einsetzt? Ja, hab ich gerade. So, noch den letzten Heiltrank reingedrückt. Ach, jetzt ist ja Hellstar. Ja, die kommen langsam. Problem ist ja wiederum jetzt hier in diesem Spiel, dass sie halt so Raka haben. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Ja. Der Hecarim ist dran. Aber wir haben, äh... Veiga, das ist ganz gut. Batsch, den krieg ich ja auch noch. Du hast was? Und ich hab schnelle Schuhe. Also, schnelle Runen. Ja. Dadurch kann ich den mal gut, äh, noch... ...bekommen. Ah, fuck. Ah, der Flash noch. So, ich scale erstmal die Kuh weiter. Da... Wir pushen schon hart. Guck mal, wie weit vorne hier sind wir. Guck mal, Flash for Kill. Wollte der Dominik gerade machen hier. Der Shi Shiang, der ist auch dabei, aber... ...ä, unser TS will ihn irgendwie nicht. Komischerweise. Aus gutem Grund, aus gutem Grund. Ja. Wo soll ich denn mal hinkommen? Achso. Boah. Fuck you, Ash. Weißt du, Ash hier oben. Scheiße. Oh. Glaub ich mir einfach, Tails. Ja, mach doch. So, dann nehm ich mir das auch noch. Okay. Puh. Akko, ja. Ja, ne. Geht gut ab. Ist ein guter Schlagabtausch. Heißt, dann nehm ich den Kill, aber dann sterb ich wieder für den Kill. So, Hacker Rimpf ist auf jeden Fall schön low. Ma. Ich bin überhaupt so squishy, ne? Mann. Nein, sterben auch schnell. Aber noch, noch. Ja, noch eben. Oh, boah. Ah, beide tot. Ja, war gut von Weiger. Guck mal, er ist tot. So, du bist schon wieder da. Das ist auch sehr beruhigend. Okay, aber ich erwarte auch, dass dieses Spiel in 15 Minuten zu Ende ist, Michael, ne? Hol ja Tails hinten. Mich ja. Ja. Ich wollte erstmal jetzt die Wave hier ein bisschen schützen, aber die machen gut Schaden, ne? Guck mal, da steht da drin der Hecarim und wartet. Der Wichser. Ah, scheiße. Oh, Hecarim. Klatsch. Oh, schade. Ich hab gedacht, mein Spell wird ihn vielleicht noch töten. Mein Giftstachel da. Hier oben ist Ash noch drin im Busch. Meine ich. Ja. Aber an der mach ich auch gut Schaden. Nein. Das hat zu viel Damage. Das gefällt mir nicht. Jawoll. Tod dem Hecarim. Ja. Gut, dass der weg ist. Der hat mich eh die ganze Zeit genervt. Ach, wieso hab ich mir nicht den Triple-Bogen geholt? Ich vollidiot, ey. Ah, das war gut, ey. Das war nicht schlecht. Ja. Ich hab auch mal ein bisschen Rüstung. Okay. Und jetzt sagst du, jetzt rockst du richtig durch, also? Jetzt rock ich voll durch, nein, noch nicht. Also jetzt bisschen heißes Messer und die Butter, oder was? Ja, mittlerweile merkt man es halt, wenn man Spiele gewinnt, dass die Gegner natürlich auch ein bisschen stärker werden. Ja. Also bei mir kommt das gar nicht an, also ich bin immer noch chronisch unter Fall und deshalb so schlecht. Ja. Überfall hat, oder was? Ah, ich hab meinen Pilzen nicht genug Dingens drauf, ey. Ah doch, sie ist noch gestorben, ja! Wat? Der Hecarim überlebt das noch? Das ist doch wohl heftig, oder? Ne. Ich wollte schon sagen, ey. Das durfte auch nicht passieren. Ne. Diese Arschloche, der muss dort sein. So, den zerrgen wir jetzt nieder hier, den Tower. Ja. Auseinander gehen, wenn Oriana kommt. Klatsch. LOL, heftig der Herz. Ja. Würde mir ja stinken, ey. Ah, Shishiyang klaut mir das Held. Wat soll hat. Was ist das für ein Shishiyang? Was, was, wer ist das, diese Shishiyang? Ah, toll. Wegen Shishiyang bin ich tot. Und tot. Ja. Und tot jetzt. Ich bin auch so da weggerannt, ey. Das sieht doch immer so lustig aus, wenn du mit Timo wegrennst. So, lalalalalala. Ja, ja, so. Das Leben ist ein Pony hoch, so. Aber guck mal, aber auch 15, 15 erst nach 10 Minuten, ne? Ist jetzt auch nicht so viel. Ja, es ist hart hier. Bei dir haben wir auch ein AD, guten AD. Ja, Ash, ey. Da schießt die ganze Zeit im Tower. Und das ist ein bisschen assi. Not so fast. Nicht so schnell. Du wärst mal gut Schaden, irgendwie. Ja. Ja, die macht richtig gut Schaden. Oh. Boah. Ich muss hier weg. Mein. Immer bin ich hier. Shishiyang, mach was. Oh nein. Nein, Shishiyang ist AFK. Ist einfach nur weggeplatzt. So, leider, ey. Oh, das war nicht gut, ey. Ja, Shishiyang AFK. Äh. Versaut uns hier das Game. So, komm. Leider einfach mal so sagen. Ja, aber er ist doch gar nicht AFK. Wir waren gerade AFK. Das schaut ja nur rum. Weil es ist, es ist Warwick-Syndrom. Das haben manche Leute. Ja? Ja. Sagste? Auf jeden Fall. Pusher nicht so gegen vier, ihr seid nur zu zweit. Ja, ja. Alles gut. Da, Ash zuerst. Okay, Todesse. Ey. Ey. Boah. The enemy has been slain. Jawohl. Hab ich's ganz kurz vorher noch bekommen, ey. Oh, 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 oh. Der Turm. Puh, ey. Bist du abgegangen, sagste? Äh, ich hab versucht, ein bisschen zu pushen, aber ich bin hier gerade gefangen. In einem Busch. Du müsstest hart pushen, damit ich hier rauskomme. Ne, renn. Okay. Na gut. Alles Kodi. Nehmen wir einen Kodi. Ja, ich hatte es kommen sehen. Oh, oh, Hecarim. Hecarim. Nein. Nein. Ja, da hat er sogar noch den Flash benutzt dafür, ey. Okay. Ja gut, ich hab mein erstes Item fertig. Jetzt erst. Okay. So, ich brauch jetzt Attack Damage. Ach, Quatsch. Ich brauch AP. Jo. La, 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 la. Ich mach mal jeden die Wave weg, wa? So, stirb, ey. Ja, bist du so ein bisschen aggressiver. Da, tot ist er. Acht, der ist ja von uns. Wir müssen Korki achten, ey. 11, 12, 3, 18 hat er. Oh, ich sterb jetzt. Ich bin nach hinten. Ja, ist natürlich down. LOL. Krass, ey. Pentakill. Werden uns denn alle getötet? Korki. Ach so. Krass, ey. Ich hab eigentlich gedacht, ich krieg ihn noch tot. Das heißt ja nix. Ja, eben ist noch nix entschieden hier. Also, wir können das Spiel noch drehen. Guck mal, die sind von den Kills her nicht so hoch. Über uns oder so. Das schaffen wir schon hier. Da hinten ist Ash drin. Die hat nix. Oh, komm. Stirb noch, Ash. Oh. Ich muss auch die Minions erstmal hier. Ordnungsgemäß töten. Aua, aua, aua. Ash macht auch richtig aua, ey. Da, nächstes Game sollte er da sein. Schreibt er schon. Ja, im TS. Auch im Spiel, meinst du? Mama. So, ich brauch Rüstung. Also, für mich ist das Spiel auf jeden Fall noch nicht verloren. Nee, für mich auch nicht. Ich mach mal, ich push mal hier in die Waves so ein bisschen, ne? Ja, immer pushen, pushen, pushen. Komm mal aus dem Pushen. Ich hab ja den Triple-Bogen. Ich kann jetzt super pushen, also. Okay, Tower haben wir. Oh, ich hab nix mehr. Boah. Tod ist er. Oh, was? Krass, ey. Macht die mich so mal eben kaputt? Mhm. Macht's für die krasse Schaden einfach. Ja. Ah. Pfff. What the fuck, ey? Enemy Double Kill? Hatt's dir doch gesaagt. What the fuck? Ach nee, ich kann das ja auch noch kaufen hier. Jawoll, unser inhibitor Kumpel zurück. Ah, dafür nehm ich mal einen Siegerschluck aus der Tasse hier. Siegerschluck. Wir wollen jetzt hier den Sieg? Ja. Auf jeden Fall. Und zwar zackig. Machen wir alle kaputt. Soll ich vorne reinrennen und mich töten? Damit wir mit Stolz unsere Siegesserie weiter voranschreiten können. So. Not so fast. Genau, Asher. Kriegst du noch mal einen Stachel? Ich werd mich mal ein bisschen weiter zurückheilen, ne? Glaub ich. Aber wir haben nicht so große Witzel. Okay, wir haben Braum. Warwick. Müsst du kurz so Warwick? Warten. Warwick? Warwick. Okay. Spiel doch mal jetzt richtig, ey. Ja, was ist denn da los? Brauchen den jetzt hier? Oh, Mist. Das ist das Spiel schwer. Das ist, glaube ich, ein Spion. Ich glaube auch. Aus dem gegnerischen Team. Klatschtod ist er. Nice. Jawoll, auch tot. So, jetzt kriegen sie auf der Schnauze hier, ey. So geht's ja nicht. Ja, es ist vorbei, mir wusste ich. Eben, es ist der Knoten geplatzt, Mann. Wir haben gedacht, wir machen's mal ein bisschen spontan, damit ich jedes Spiel immer so easy win ist. Eben. Lol. Das hättest du jetzt wahrscheinlich nicht sagen dürfen. Das ist gejinxt, Micha. Ich hab ein großes Selbstvertrauen. Komplett verloren, dass wir gewinnen. Nein. Das machen wir jetzt hier. Das reißen wir noch. Außer wir werden jetzt geacet und die rennen durch. Ja. Aber gut, wir haben ja noch zwei Tower immer noch, ne? Das ist auch immer noch nicht zu vergessen. Oh, wir haben schöne Pilze, genau. Das war, das war, weißt du was? Das war unsere, die Pilze waren das gerade. Meinst du? Nämlich, ja, sie sind gut da durchgefahren. Da konnten wir gut angreifen. Und wir standen sehr gut. Boah, da hinten war ich, lol. Ja, jetzt weg, 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 weg. Ja, ja. Oh, nein, Warwick auch weg. Oh, ich muss weg, muss weg, muss weg, muss weg, muss weg, muss weg, muss weg. Boah. Die Kombi aber auch, ne? Bap, 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 tot. War ich krass? Wie viel habe ich dann gekriegt? Wie viel Damage von ihm? War ich gar nicht so viel. War ich so low? Ja, du hältst ja nicht viel aus. Ja, ja, gut, ich bin, ich bin, ne? Low by nature. So, kann ich noch irgendwas holen hier? Oh, ja, tötet sie, tötet sie. Nein! Scheiße. Fuck, ey. Das war jetzt scheiße. Ja, das stimmt noch. An deinem Pilz! Ja? Ja, ist gestorben noch. So, jetzt habe ich noch ein bisschen Magieresistenz. Es wird langsam was. Langsam. Es könnte vielleicht 69 Minuten ausgehen werden. Ist ja tot. Ja, wenn wir uns jetzt bündeln. Ja. Regroup. Musst du eigentlich passen, denke ich. Ah, ich nehme meine Tells. Chemo Power. Oh, yeah. Ja, ja. Sehen die auch den Pilz mit dem Ding? Hm. Das weiß ich gar nicht. Von Ash meine ich jetzt, ne? Ja, ich weiß. Wir müssen auch weniger warten. Ja, ja. Wir müssen nicht so hardcore heilen. Weil Vega ist sehr wichtig. Ja, sagt er ja. Vega ist on the way. Ja. Können wir hier so ein bisschen eigentlich farmen, ne? Ah, okay. Ich hau lieber ab. Ja, wir müssen ein bisschen pushen auf jeden Fall. Sonst wird es zu heftig. Wenn jetzt ein Fight kommen sollte. Ja, wenn jetzt die Wave Honor da drin steht, meinst du? Ja. Ach ja. Geht auch weg. Boah. Verdammt. 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 Oh nein. Das war scheiße. Das könnte los sein jetzt. Ja. Das könnte das Zünglein an der Waage sein. Außer, Veiga. Haut ab. Ja, hätte er abhauen sollen. Ja, auf jeden Fall. Er hat noch versucht, ein bisschen zu spielen. Scheiße, ey. Ja gut, jetzt sind immer noch die Türme da. Ne, gut, der eine fasst weg. Da war es auch ein Geniestreich, um sie ein bisschen aufzuhalten. Aber ich komme jetzt auch in fünf Sekunden wieder. Vier, drei. Du kommst auch wieder. Ja, ich bin auch direkt da. Und die Wave pusht gerade. Ich glaube, das war ein Geniestreich von ihm. Genau jetzt zu. Wieso ein paar Sekunden aufzuhalten. Jawoll, tot ist er. Ich bin auch schön abgestaubt. Ja, not so fast. Oh, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich sterbe wieder. Ma, ey. Oh, fuck, ey. Scheiße. Ah, kannst du wissen, ich bin nicht viel gegen... Oh. Hätte ich doch lassen sollen. Oh, oh. Nicht gut. Ren, hol da Tails, Micha, einfach. Hm? Da Tails. Oh. Hab ich nicht gesehen. Ja, komm, vielleicht reicht, reicht mein Gift-Schaden noch. So. Auf die Puppe. Auf die Puppe. Ja, ist echt krass. Ich mach einfach noch mehr... Ich muss nicht gewinnen, damit ich sehr sauer. Ich mach einfach noch mehr Pilze, überall hin. Ja. Komm, wie viele liegen, Alter. Wenn die hier reinkommen... Oh, oh. Ja, die machen viel... Auch mehr Rüstung. Oh, schön. Tot ist er. Ich hab schon mehr Rüstung. Oh. Okay. Aber lass uns noch warten auf die anderen beiden. Ja, auch nicht auf dich und... Und auf den Shishi-Yang. Jawoll, das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Ja, das ist geil. Bam. Ciao. Hier ist nochmal ein Heel für uns alle. Drei Stück tot, zwei sind noch da, aber gut, eine davon ist Ash. Das ist natürlich auch übel. Ash down. Ekarim down. So. Jetzt schnell die Türme niederzergen, bevor die wiederkommen in sechs, sieben Sekunden. Und einfach Ding kaputt machen. GG. Oh, geil. So laufen die Games hier bei uns. Ja. Man denkt, man würde verlieren. Aber dann gehen wir voll ab auf einmal. So sieht es nämlich aus. Das ist scheiße. Heftig. Aber gut, wenn ihr sehen wollt, wie die krasse Win-Serie weitergeht, dann lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Ja, und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, tschüssi.